Leute, was geht? Ich wurde zum Traustodicht-Tag nominiert. Und ich wurde direkt zwei mehr nominiert. Einmal von der Pia vom Kanal Piosch und einmal von der Annalena von Anicity. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es sind gefühlte 1000 Grad hier und ich wünschte, ich könnte jetzt meinen Ventilator anmachen. Aber wenn ich meinen Ventilator anmache, dann ist es hier einfach viel zu laut und ihr würdet mich wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen, weil das Mikrofon direkt vor mir wahrscheinlich irgendwann nur noch brrrr, brrrr, brrrr machen würde. Dann fangen wir mal direkt an mit Frage Nummer 1. Traust du dich, deinen Schwarm anzusprechen? Und ich kann sagen, ja, natürlich traue ich mich, meinen Schwarm anzusprechen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich... Also, ich kann zu der Smalltalk mit ihm führen und auch wahrscheinlich mit ihm befreundet sein, auch wenn ich dann gefreundzoned bin. Haha. Ähm, aber so direkt auf ihn zuzugehen und sagen, hey, ja, ich finde dich toll und wollen wir vielleicht mal... Nee, nee, glaub nicht. Nee. Traust du dich, vorm 10-Meter-Brett zu springen? Und nein, traue ich mich nicht. Ich bin schon vorm 5er gesprungen, ich bin auch schon vorm 7,5er im Freibad gesprungen, aber vorm 10er traue ich mich echt nicht, ich weiß nicht, das ist mir echt zu hoch. Ich hab keine Ahnung, wieso. Traust du dich, einen fremden Menschen auf der Straße anzusprechen? Und ja, das traue ich mich eigentlich auch oft genug, wenn ich mal nicht weiß, wo lang, oder wobei mittlerweile weiß ich eigentlich immer, wo lang ich muss und wohin, aber was mir oft passiert ist, ist, dass ich Nasenbluten in der Öffentlichkeit bekommen hab und da muss sich auch jemand nach dem Taschentuch fragen und demnach hab ich also kein Problem damit. Und viertens, traust du dich auf deinem privaten Facebook-Profil zu posten, dass du auf der Toilette sitzt und dringend Klopapier brauchst? Äh, nein, weil ich, weiß nicht, das hat einfach auf Facebook nichts zu suchen. An sich benutze ich Facebook sowieso kaum noch, außer um irgendwelche lustigen Bilder zu sehen, wobei ich das meist dann ja schon auf Nein-Gag mache, äh, und um mit Leuten zu schreiben. Ähm, deswegen weiß ich nicht, warum ich da jetzt, äh, schreiben sollte, dass ich unbedingt Klopapier brauche. Traust du dich, auf eine öffentliche Frauentoilette zu gehen, wenn die Toilette deines Geschlechts überfüllt ist? Also, traue ich mich, auf eine Frauentoilette zu gehen, wenn die Männertoilette zu sein ist? Und, ähm, naja, ich denke mal schon, ich würde es machen, aber, war, also, ich denke, ich würde sogar mich eher anstellen dafür. Und, selbst wenn ich bin ein Junge, ich werde ein Mann, ich kann auch einfach irgendwo anders im Stehen hinpinkeln, das ist kein Problem. Traust du dich, ganz alleine einen gruseligen Horrorfilm zu gucken? Und, äh, da kann ich sagen, ja, mache ich eigentlich relativ gerne Horrorfilme gucken. Äh, meistens muss ich danach aber noch irgendwas anderes gucken, was Action- oder Actionhaftes oder was Lustiges, da ich dann mir einfach so Gedanken über diesen Film mache. Und ich feiere auch einfach echt Filme, die nicht ganz so realistisch sind, wie zum Beispiel irgendwas mit Puppen oder halt Monstern, ich sag mal sowas wie Freddy Krüger oder Chucky die Mörderpuppe, Annabelle, Mama, äh, Insidious, Paranormal Activity. Wobei die jetzt nicht alle ganz so gruselig, also, gerade Paranormal Activity ist jetzt nicht ganz so gruselig, aber ich finde sowas auf jeden Fall besser, wie irgendwas mit maskierten Leuten, die in dein Haus einbrechen und dich foltern und sowas wie, da habe ich letztes Jahr irgend so einen Film gesehen und, ähm, der ging darum und den fand ich irgendwie voll abartig, also nicht abartig, aber halt schon so, nee, das war einfach echt nicht mein Fall, weil es für mich zu realistisch war. Du hast eine Wette verloren, traust du dich in einem pinken Tauchanzug über den Weihnachtsmarkt zu laufen? Ja, ich sag mal so, Berlin, Weihnachtsmarkt, ist ja fast niemand, ne, es sind ja nur so, so 200 Leute oder sowas, sagen wir, wenn es am Alexanderplatz ist, äh, aber warum muss dieser Tauchanzug auch noch pink sein? Ja, normaler Tauchanzug, kein Problem, Wette, ja, aber warum einen pinken Tauchanzug, damit der natürlich dann genau auffällt? Nein, kein pinken, schwarz, blau, mach ich, kein Problem, 5000 Abos. Du musst nachsitzen, weil du in der Schulstunde heimlich geschwänzt hast. Traust du dich deinen Eltern die Wahrheit zu sagen? Oder hättest du dir das jemals getraut? Ähm, ja, aber ich denke, wenn ich meinen Eltern gesagt hätte, ich verschwänze, ich soll jetzt nachsitzen, hm, ich denke, meine Mutter wird immer eine Entschuldigung für diese Stunde geben. Du hast den Geburtstag deiner Mutter vergessen und hast kein Geschenk. Traust du dich, Blumen aus dem Vorgarten eurer Nachbar zu klauen? Ähm, wir haben keine Nachbarn an sich, also wir wohnen in einem Hochhaus, nein, das heißt Hochhaus, wir haben vier Stockwerke ungefähr, oder drei, also, und Nachbarn, also, ja, wie soll ich da Blumen klauen? Ist nicht so, hm, wir haben ja keinen Garten. Und selbst wenn ich das tun müsste, ich habe meine Mutter eigentlich, ich habe früher meiner Mutter immer Sachen gemalt und gewastelt, aber sie will eigentlich gar nichts geschenkt bekommen haben, auch nicht zu Weihnachten, zu ihrem Geburtstag oder Muttertag oder so und so, das ist ja eigentlich relativ egal. Traust du dich hypnotisieren zu lassen? Ich würde mich total gern mal hypnotisieren, ich würde einfach gern mal wissen, wie das ist, und was man, also man hört ja von Leuten, die sich hypnotisieren lassen haben, dass sie so in Trance waren, dass sie sich darin wirklich nicht erinnern können, das würde ich echt gern mal ausprobieren. Traust du dich bei einer Nachtwanderung über den Friedhof zu laufen? Ich meine, ja, es ist nur ein Friedhof, was soll denn dort passieren? Ich meine, es liegen dort tote Menschen, aber gut, ein Friedhof ist der einzige Ort, wo ich lieber einem Mann Baseballschläger begegne, als einem kleinen Mädchen im weißen Kleid. Du wirst im Musikunterricht ermahnt und musst ein Lied alleine vor der Klasse singen. Traust du dich oder hättest du dich jemals getraut? Ähm, ja, ich denke schon. Ich meine, es gibt genug Leute auch an meiner Schule, die allein vor der ganzen, nicht vor der ganzen Schule, aber vor vielen Schülern in der Aula singen, und ich denke, da kriege ich das auch hin, vor den 24 Leuten in meiner Klasse zu singen. Traust du dich, dir deine Haare von deiner besten Freundin, deinem besten Freund schneiden zu lassen? Von meinem besten Freund? Nein. Nein, also, ich schneide mir die Haare selber, und, okay, jetzt trage ich gerade eine Mütze, deswegen, so, ich schneide mir die Haare selber, und das funktioniert meistens relativ, meistens relativ gut. Von meinem besten Freund, ich hätte danach wahrscheinlich einen Boxerschnitt und so einen Millimeterschnitt, und das sieht bei mir einfach gar nicht gut aus. Von meiner besten Freundin, ja, ich habe Vertrauen in sie, ich denke, das würde sie gut hinbekommen. Ich hoffe, dass sie das gut hinbekommen würde. Vielleicht, irgendwann, dann sage ich euch Bescheid. Apropos, meine Freundin hat mir mal die, also meine Ex-Freundin mittlerweile hat mir mal die Haare geschnitten, und das ging eigentlich auch, außer, dass ich hinten doch drin hatte, so, ja. Ich war schon lang nicht mehr beim richtigen Friseur. Immer schneiden Leute für mich die Haare. Alles meine Sklaven. Du machst Urlaub in China und läufst über den Markt. Traust du dich, Insekten zu essen? Ja, ich meine, Insekten sind ja im Endeffekt auch nur Tiere. Wobei, es gibt jetzt, also, ich kann sagen, ich habe schon Känguru und Krokodil und Schlange und sowas. Ich habe auch schon Froschchenke gegessen, wo ich sage, ja, warum denn ich auch nicht Insekten? Außerdem schmeckt ja alles immer ein bisschen nach Hähnchen. Mein bester Freund stinkt nach Schweiß. Traust du dich ihm zu sagen, dass er Deodorant benutzen soll? Und, äh, ich mache das jetzt wieder bester Freund, beste Freundin. Meiner besten Freundin traue ich das, glaube ich, nicht so direkt offen zu sagen, so, ey, ja, du stinkst, ah, Deodorant oder so. Bei meinem besten Freund schon, gerade, weil die halt auch mal zu McFit und so gehen. Und dann einfach so, ja, eine Dusche oder ein bisschen Deo könntest du mal vertragen. Also, ich denke, da ist es dann auch nicht so, dass wir irgendwie, äh, dass die andere Person das Böse meint oder so. Und, ähm, wir nehmen das so meistens auch alles mit Humor, auch nach dem Sport oder so. Und, ja, ich denke, wir haben eine gute Freundschaft. Best Friends Ever! So, jetzt muss ich noch drei Leute nominieren, ähm, damit die diesen wundervollen Tag auch machen können. Und ich nominiere Lina Lisa, heißt der Kanal, glaube ich, mittlerweile. Oder Elisabeth Berliner oder so. Äh, Kanal ist in der Beschreibung. Ich werde sie auch noch kontaktieren. Ähm, MyView, den Jungen habe ich auf dem Videodex kennengelernt. Korrechter Typ, Link in der Infobeschreibung. Also, Kanal, nee, Kanal, Link in der Videobeschreibung. So. Und dann auch noch Marco Sänger. Ich feiere den Typen, der ist Hammer, der ist Bombe, Alter. Äh, Link in der Videobeschreibung. So, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Und ich weiß, ihr redet schon wieder, viel zu schnell, aber es ist mir scheißegal. Okay, nochmal dann langsam. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Die anderen Links sind in der Infobox. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.